Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assessor Street Wallhalla weiter geht es ist ja wir waren jetzt hier gebunden ich sollte mich nicht haben ich wollte das Fett rufen und ähm ich weiß jetzt nicht wo jetzt dieser Schlüssel sein sollte wer da vielleicht einen Tipp hat kann er es ja mal in die Kommentare hauen es wird auf jeden Fall auch wieder erstmal wieder hier rauskommen weil wir brauchen auf jeden Fall auch ein bisschen Sprint die Sprint dieser Anhalt den Aussichtspunkt da oben da werden wir jetzt mal hingehen ich konnte letztens irgendwo hier reinlaufen war das glaubt gewesen jetzt kurz die Stelle suchen wo das war so ja gut letzte Folge hatten wir ja ähm die eine da fertig gemacht und ich hoffe aber das müsste eigentlich normalerweise nix aus also von der Story her nix weiter ausmachen vielleicht liegt der Schlüssel auch hier oben irgendwo das wäre eventuell auch noch was was ich zwar nicht glaube aber naja wie ist ein Pferd warum ist ein Pferd war das schon wieder so eine Schlange ja so hallo so ist auch gleich eine Kiste yeah die da nicht noch was um ein Schuss trug der Ragnoros wurde beim Versuch erwischt er hat ihm wird auszukundschaften sie wollen sie wollten fliehen doch der Tarn des Königs Leofold kam kam brüllend durch das Tor holt sich ein er holt sich ein und schlug die vier Männer ein eigenhändig wenn die Ragnoros Bruder etwas in Erfahrung bringen sollten müssten sie sich schon mehr anstrengen alte Kiste alte Kiste alte Kiste also so Synchro abgeschlossen so jetzt haben wir diese Teile Ecke jetzt aufgelöst auch da gehen wir jetzt als nächstes hin das Buch belassen wir jetzt da mal naja da springt sie nicht runter wir müssen auf jeden Fall wieder runter kommen ich hoffe wir kriegen da unten Informationen wäre echt gut dass wir auf jeden Fall weitere Hinweise kriegen da weil das ist jetzt gerade ein bisschen wichtig und theoretisch müssen wir auch die Siedlungsstufe auf 3 kriegen das wäre eventuell dann auch noch so eine Sache neues Gebiet entdeckt achso jetzt sind wir hier gut das Kloster wer eventuell wer eventuell ein Abwasch halt wir suchen und dann halt einmal kurz angreifen und dann die Siedlungsstufe auf 3 machen warum ist hier eine Kirche geh mal rein gucken was das für Sache ist hallo jemand hier linke Info oh eine Karte relativ wichtig wahrscheinlich nicht noch mehr Kram aber alles nichts zum lesen schade guten Tag mit der kann man auch nicht reden schade in der Kirche ist leider nichts endlich ähm wäre ja auch schön gut um wahr zu sein hallo Hundi hier vielleicht ähm Nachricht von auf einem Papier Bruder Westen selbstverständlich sollten wir unser möglichstes tun um diesen armen Seelen zu helfen aber bitte bringen die Wertsachen der Kirche weiterhin in Friedhofsgruft in Friedhofsgruft in Friedhofsgruft das heißt hier muss irgendwo ein Eingang sein ein Händler ist da unten wir müssen na warum ist hier ein Teil das Teil wo ich eigentlich nicht hinkomme wir brauchen wieder Nahrung also Mahlzeiten halt die wir jetzt nutzen können warum kann ich hier nicht rein ok das funktioniert nicht kann ich hochklettern ne auch nicht kann ich hier irgendwie hoch auch nicht das ist mit der wenn mit der reden kann ich auch nicht schaden aber wenn sie halt auf jeden Fall nahrung sammeln wichtig wo könnte man am besten halt das Zeug verstecken glaub mal da vorne ist noch was wo ist eine Brücke ne sieht auch wieder so ein Untergestell wo die Leute sich einfach hinstellen ja ich hab's ja gefühlt ist das halt ein bisschen komm sieh dir an was ich habe äh na gut laden auch weiter ausbildung mal gucken was diese hat abgeschlossen ausbildung zum schwimmen verbessert die geschwindigkeit des reizs im wasser auf der fälle werden verbessert das ist auch ganz gut dass du dich weiter verbessern willst gleich jetzt noch was kochen was das ja was wir sehen uns bald wieder das fährt geupgradet ist ein eingang auf wofür ist hier ein wäre da drinnen akurisch über diese stadt hat auf jeden fall so ein schönes häuschen ich trinke ochsen unter den tisch komm her ich zeige es dir jetzt sehe ich keine zeit hier vorne ist was auch hier unten drunter oder echt mal den eingang finden steckt den bogen weg ist keiner jetzt keine gefahr ist aber ohne kletterausrüstung ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig sonst wird man hier komplett runter fallen naja da ist doch so ein fassen das ist jetzt gerade los hat die grafik hat läuft da ist das ist das was ich halt immer doch finde man kann sie sich eigentlich auch ins wasser abkühlen ich stehe in flammen ich stehe in flammen ich stehe in flammen so nein das neue leder ich mal au ja es macht sie hö wie ist denn hier ja äh so jetzt haben wir den richtigen Weg so hallo jemand hier oh komm wegschieben wegschieben zähl zum loslassen neu kann man hier oh ok ich sollte eigentlich mal so aufklinder drücken ja wieder wir haben uns zusammen und lol inventar 25 können wir es sogar gleich noch verbessern warte kann man die auch wieder ablegen ne kann man nicht äh widerstand jetzt müsste eigentlich jetzt wieder runter sein also kann man ja 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 hattest du nicht gerade schon geplündert ein seil ja 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 Falsch mit dir. Aber ich würde sagen, solange die Grafigkeit immer noch so heiß läuft. War es das für diese Folge. Wir sehen uns am nächsten wieder. Haut rein. Bis dann und tot tot.